Fabian? Wow! Ey, ich wurde gerade zu lieb! Junge! Warum kommt da so ne Leiter vorbei? Lukas, sehr effektiv! Gute Runde! You can't take it back, no! I've got so much left to say But I'll take my words and walk away Ja, willkommen zum weiteren CW-Video Und zwar hatte ich das ja mit Craft Wars angesprochen Dass ich das eigentlich beides in einem Video packen will Jedoch waren da viele Leute dagegen Und ich fände es selber jetzt auch ein bisschen dumm In ein Video CW und Craft Wars reinzupacken Deswegen, ja, wird das jetzt doch alles immer einzeln kommen Ja, der CW hier wird über den FCW-Command weitergespielt Weil der CW-Continuum-Command ja ein bisschen rumbackt An die Leute, die 4 BO-CWs oder sowas spielen sollten Da schon wissen, dass der CW-Continuum-Command Immer so ein bisschen buggy ist Und man deswegen halt über FCW weiterspielt Und dann immer mit Elo-Drop am Ende macht Ja, halt auf den Maul, danke! Jetzt noch mal ne Frage, ist das jetzt der BO-CW? Ja, wir finden nichts besser! 112! Ja, ist das, warte mal, warte mal Ja, sind die Schlechten? Nein, ne? Ja, ne eben nicht, das ist das Problem, Alter! Ja, das meine ich, ja, die sind die nicht schlecht! Ja, aber die brauchen sich ja noch ein bisschen hoch, erst mal jemand Ja,onzept 나가 auf den K치 3 Wir sind frei, weil es bestattt Wir lassen uns nicht glauben Wir professionals nichts hosts Ö książens Na, nach le에는 K-8 Und ich wünschte ich hätte den Numbers auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Komm bitte hierher Maxi. Ja wow, das ist aber echt nicht cool. Jetzt könnt ihr mich da auskontakt. Wenn du eh gleich 13 hast. Ja, ich meine nur normalerweise. Da kommt noch ein Full-Eco hoch, der ist Full-Left, glaube ich. Dann bauen wir hier noch alles halb rein. Die Base ist halt komplett assi eigentlich. Hier geht auch lieber Steve, dann schaut auf erster Schicht. Und dann wurde er aus dem Team gespielt. Kann man so dumm sein? Das ist so ein bisschen stack, oder? Ja. Wow. Wow, der eine wurde nicht genug. Wow, nice. Hä? Wow. Halt auf, man. Die kommen da. Halt ich in einem Heide und der Typ fliegt nicht. Er hat nur zwei Hits. Aber nur mit einem zu hell. Junge, es ist falsch. Warum werden die so auch nochmal dominiert? Ich weiß es nicht. Blatt ist von oben, Two-Block Sandstorm. Oder wenn nicht, ein Sandstorm Eisblock. Wir haben die sowieso gleich. Sorry, wegen What am Anfang, dass ich einfach... Alles ist gut, wir haben doch eh gut zusammengearbeitet. Die Arme, Junge. Ja, ich krieg mal ne Feststil-Tasse. Ich krieg mal ne Feststil-Tasse. Luka hat auch ne anderes hätte. Jetzt. Das ist kein Rohmischmachlos. Oh, das sind drei. Wow. 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 Warte kurz auf Schaden. Mit oder ohne Filter. Das ist mir egal. Ja, lassen wir ohne machen. Okay. Hab ich nur ohne Filter gesehen gefasst hat. Nein. Ähm. Best Green ist ehrenlos, okay? Ja. Wer blockt, verliert. Wer bremst, verliert. Wer bremst, verliert. Meme. Wo wollt ihr ihn machen? Ja. Ich muss den Rollo runter machen. Äh. Warte mal. Lauf. Alter, ich hab halt so richtig den Gammler-Pool ja. Das ist übel. Oh, Junge, Mann. Ich hab so ne Gammler-Jacke an, Alter. Sick Leben, ja. Ja, ich mein, der hat 150 Euro gekostet. Aber ich zieh ihn zum PC spielen an, was wollt ihr von mir. Wow. Ich brauch mir jetzt hier ne Side-Base. Seit wann kostet Alt-Chainer-Container was? Oh. 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 Ist das ehrenlos bei mir? Ne. Passt. Oh mein Gott, was für CD-Kids. Irgendwie Uli droppen halt gar nicht. Ach du heilige Scheiße, Alter. Hey Pascal. Schau, spring mal nach. Pascal. Hätt zwölfjährige gedacht ich reden? Pascal, wir haben nie QTS geholt, ne? Und er hat so gesagt, ja, wir haben eigentlich echt keinen Bock mehr gegen euch weiter zu spielen und so. Und hat er jetzt gesagt, dass wir nicht weiterspielen wollen. Und die haben die ganze Zeit so gesagt, ja, ihr flirrt doch eh fast kein Elo und so. Richtig provokant, Alter. Hey, Marco, dein Blick war nirgendwo. Hast du noch nirgendwo gesagt? Hast du noch nirgendwo gesagt? Ja, wir mussten es annehmen. Ja. Alex, hast du provoziert? Ich? Ja, ingeregt provoziert. Was kamst du da? Ja, ja. Nur Nico. Achso, ja, Ingame. Ingame heißt es halt, der hat an dem CW von Honest ist disconnected und geraged gebetetzt. Doch steht 4-0 jetzt, oder was? Ne, 3-0. Nein, es war nicht irgendwo, die 2 gegen Wendy. Er streit zu 4-0. Oh, das erste Schaf, das läuft da oben rum. Ah, die Schafe kommen jetzt auf. Fuck, Alter, ich bin nicht weg. Nein! Ich hab da Swap gehabt. Nico, erstmal nachspringen. Erstmal infected, schreib mal, oder mach ich nicht. Nuka. Face it down. Jo. Also, alle sechs Schafe explodieren oben, ne? Ich bin da. Ah ja, guck mal da oben. Wir sind grad genug, spielt mal nach der Runde in intern. Ja. Das war ein echt krasses Schafe, Kappa. Okay. Face it down. Was? Ich hab den Base up runtergeflogen. Nein, ich hab ihn nicht. Ich hab ihn. Nein, er wurde wieder hochgeboostet, Maxi wegen dem. Oh Gott, nein. Halt zum Maul. Nein, jetzt wirklich. Nein. Was geil. Der wurde wieder hochgeboostet. Was? Ich glaub nix. Guck mal, er wäre durchs Schafs runtergeflogen, aber... Nein, nein. Ich hab den getötet, bevor die Schafe... Nein. Ich hab den Fogen hier dabei. Natürlich, ich hab den. Der hat das Schaf in die Ecke gelockt. Nein. Der Junge war noch nicht so ein Schaf, du Opfer. Er kommt wieder klar, wenn er nicht so weit das wetzt. Marco, ich seh gut aus, oder? Mhm. Danke, danke. Hol Bett. Dein Blick, Alter. Unbezahlt. Ne, komm, wir müssen das ja alles. Mach noch mal ein paar Schafe. Haben die die Schafe gerade wirklich was aufgesprungen? Aufgesprungen. Aufgesprungen. Ja, die erste Schicht. Tschüss. Weil das ist... Zwei oder so runtergefahren. Ich find's ja richtig traurig, weil ich Liam echt mag. Aber... Mach denk ich. Nein, ein Zepp. Mach auch. Max, ja, ein 13er. Ich würd sagen, der Clanwechsel von Liam hat sich gelohnt. Tsch tschee. Ey, schau wie der unten war heute. Ja, er ist halt so das. Fabin? Danke. Oh mein Gott. Das wird erst aus dem Lock-Up gebaut. Ey, ich wollte das lieben. Junge. Aber dann kommt da so ne Leiter vorbei. Lukas, sehr effektiv. Gute... Leit, Mann. Werden euch geilt, einen Kettel auf Fans? Was? Werden euch geilt, dass ihr doch mit Clubpage-Fans? Irgendwie haben euch die ganze Welt gesehen. Ja, ja, wer ist das, Alter? Locker Marco, oder? Ich wette dich. Ich schwöre, ich warte nicht. Ja, es war so sehr, Dave. Bei der Partys haben wir uns am Anfang gesagt. Das ist geil, wir sind irgendwann mal Top-Fan mit den Fans. Oh, okay. Ah, der ist taktisch mit Bogen aufs Stat gegangen. Es muss halt, Dave. Drei Uses auch, ihr habt gefühlt. Bis seit 40 und seit 30. Dafür hat Swam es jetzt. Ne, so. I'm up. Tschi, tschi. Äh, wisst ihr. Ich war ja heute auch bei Facts auf TS und hab die Stellen gesehen wegen dem FASEN gebannt wurde. Also, jetzt mal ohne Witz. Ich hab sowas noch nie gesehen. Erstens sind alle Stellen für die er gebannt wurde aus nem FFA-Server. Was? Nicht FFA-Server, doch noch FFA-Server. Wer, wer es dann geht, oder so? Er wurde wegen zwei Stellen hauptsächlich gebannt. Und eine davon. Du redest quasi, dem meme. Ja. Wenn du das siehst, dann kannst du's komplett nachvollziehen. Dass sich da so... Ey, 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 ey. Wollen die aufwürsten, oder wollen die nicht? Los, machst du. Junge. Er wurde, er wurde bei einer Stelle gebannt. Da gibt der einen Hit. Und dann fliegt der Gegner weg. Er will den zwei nicht gehen. Und kriegt beim Double-Hit Partikel. Und deshalb wurde er gebannt. Ja, gehen weg. Geh einfach in Flex jetzt. Ey, hat sich Werfisch von den Demo gemeldet? Ja, oder? Hat er einfach nicht gesagt. Ich kann mal einschätzen. Ich find halt, dass Koby ja wieder anders. Ich sollte nicht einschätzen, ob wir jetzt spielen. Ich hab gesagt, ob sich einer gemeldet hat. Den von mir. Weil die wollten unbedingt gegen uns spielen. Nachdem Lizzy und die 24-7 gebeefst haben. Nein, ich soll jetzt einmal wieder zum Sensen. Junge, Lizzy, ihr seid solche Memes. Ihr biebt auf Twitter, wer der bessere in Minecraft 1v1 ist. Junge, weißt du nicht, wie ich mir die ganze Zeit einen abgelacht hab währenddessen, Alter? Oh, oh, oh. Ich könnt mich selber nicht ernst nehmen, als ich die ganze Zeit das gesagt hab, Mann. Tschau. Schaut euch mal kurz das Warn-Video zu Paisen an. Ist er gebannt? Ja, ja. Ey, geht drauf. Junge, wir haben ihn gegen Sex verloren. Wer verliert ihn gegen den Weg? Wir haben ihn gegen das schlecht. Ey, Angels hat mir geschrieben, dass er uns schweifern kann. Die können. Die zwei Leute, die zwei Hips. Wir spielen immer noch gegen sie im Future. Danke. Äh, Lizzy? Du hast mal Afrika angehört. Du hast nicht die letzte Hautfarbe. Ja. Die Kaffe da raus. Mit der Schrei. Wer ist das? Wo ist das? Romeo. Ich glaub nicht, dass die weiter spielen. Ja, ging. Naja, doch. Das schon. TT 1 0. 0. 0. 0. 2.